So sieht der volle Einsatzplan der Hostessen für die Goldene Kamera 2016 aus. Bei mir ist Galena die Projektleiterin der Hostessen. Hallo Galena, was ist dein Job bei der Goldenen Kamera? Also unsere Agentur ist dafür zuständig gewesen, sich ein Personalkonzept auszudenken, zu entwickeln und letztendlich das Personal einzusetzen und dafür zu sorgen, dass alles so eingehalten wird, wie wir uns das vorgestellt haben. Mit wie vielen Hostessen seid ihr im Einsatz? Also wir haben circa 80, 85 Hostessen im Einsatz dieses Jahr. In vielen verschiedenen Teams, die da wären? Ja, richtig. Zum Beispiel Garderobe, Akkreditierung, Wegeleitung, TV-Bereich. Ganz ehrlich, gibt es einen Job, um den sich alle Hostessen reißen? Etwa die VIP-Betreuung? Ja, richtig erkannt. Das ist etwas, was man nicht jeden Tag machen darf. Also wir bekommen nicht jeden Tag internationale VIPs zu Besuch. Deswegen ist es etwas Besonderes. Wann ist Schicht im Schacht und könnt ihr die Party anschließend noch mitfeiern? Wir sind natürlich die Letzten, die da bleiben, weil wir auch aus dessen an der Garderobe haben. Also bis der letzte Gast geht, bleiben wir natürlich auch. Ja, feiern wahrscheinlich eher nicht. Danke, Galina. Sehr gerne. Und toi toi toi. Dankeschön.